Herzlich willkommen zur Bundespressekonferenz. Die letzten Wochen wurden ja beherrscht von einem Thema. Die Frage, die uns umtreibt, ist, sollte ein Rechtsstaat jemanden bestrafen, der ein Gedicht rezitiert? Damit wir alle wissen, worüber wir debattieren, werde ich an dieser Stelle noch einmal aus dem fraglichen Gedicht rezitieren. Entschuldigung, werden Sie das Gedicht dann auch in einem satirischen Rahmen zitieren? Das könnte man so sehen. Schließlich sind wir hier ja in der Bundespressekonferenz. Ich beginne. Unsere Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bayonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Gibt es dazu Fragen? Aber das hat doch Böhmermann gar nicht vorgetragen. Nein, das Gedicht wurde vorgetragen von Erdogan im Jahre 1997. Er wurde dafür wegen religiöser Volksverletzung von einem türkischen Gericht zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Wollen Sie damit sagen, dass Herr Böhmermann auch ins Gefängnis soll? Warum sollte Böhmermann ins Gefängnis, wenn Erdogan ein Gedicht vorträgt? Erdogan wurde ja fünf Jahre nach dem umstrittenen Gedicht Präsident. Hält die Bundesregierung es für möglich, dass Böhmermann in fünf Jahren auch Präsident ist? Das ist an dieser Stelle natürlich nicht ganz auszuschließen. Was passiert denn dann, wenn Böhmermann sich als Präsident selber beleidigt? Also wenn er als Bundespräsident dem Bundespräsidenten Schrumpelklöten attestiert und er sich dadurch als Präsident selbst beleidigt fühlt und einen entsprechenden Strafantrag gegen sich selbst ermäßigt, dann, wie war noch mal die Frage? Ist denn das Gedicht von Erdogan jetzt aus der Sicht der Bundesregierung bewusst verletzend? Man muss das natürlich im satirischen Kontext betrachten, in dem Erdogan sonst seine Kritiker zu benennen pflegt. Ich zitiere ihn wörtlich. Perverser, Blutegel, Meuchelmörder, blutsaugender Vampir, Viruserreger, israelischer. Dieser Sketch entspricht nicht den Maßstäben, die das ZDF an die Qualität von Schmähkritik anlegt. Er wird deswegen nicht ausgestrahlt. Bundesamt für Verfassungsschutz, ja, wer will mich sprechen? Der Pressesprecher der AfD. Was ist das denn dann? Lügenpressesprecher. Schicken Sie ihn rein. Guten Tag. Ja. Was ist das? Das ist eine Mappe. Da geht es um einen Artikel. Ah, mein Präsident, Herr Maaßen, der oberste Verfassungsschützer, der berichtet, in dem er erklärt, dass die AfD nicht zu beobachten ist, weil es in der Partei keine Rechtsextreme gäbe, die steuernden Einfluss hätten. Ich mache mir Sorgen. Verstehen Sie, wir sind eine brandgefährliche Partei für die Bundesrepublik Deutschland und Sie beobachten uns nicht. Ich dachte, Sie sind der AfD-Pressesprecher. Es klingt ja fast so, als ob Sie beobachtet werden wollen. Natürlich. Hören Sie mal, ich muss für die Bundestagswahl 2017, muss ich verdammt nochmal diese ganzen Protestwähler mobilisieren, die gegen das System sind. Was glauben Sie, die nehmen uns ja natürlich erst ernst, wenn wir vom Bundesamt für Verfassungsschutz auch beobachtet werden. Also beobachten Sie uns. Wir können jetzt nicht jeden wild geborenen Schützenverein beobachten. Also, Sie wollen sich ja wohl nicht mit den harten Jungs von der NPD vergleichen, was? Pass mal auf, ich lese Ihnen mal was vor. Von der NPD unterscheidet die AfD sich vornehmlich durch das bürgerliche Unterstützerumfeld nicht so sehr durch Inhalte. Na, die Taz kann ich auch selber lesen. Hören Sie, das hat nicht die Taz geschrieben, sondern ein AfD-Politiker aus Baden-Württemberg. Hier, Dubravko Mandic. Na, der Mann muss das sagen. Der ist Rechtsanwalt. Aber sonst habe ich von dem noch nie gehört. Okay, passen Sie auf. Von dem haben Sie bestimmt schon gehört. Björn Höcke, das ist unser bester Mann. Hier, Thüringen, AfD-Landesvorsitz. Und der Mann, an dem kommt im Moment an der AfD keiner mehr vorbei. Wer Karriere machen will, muss an ihm vorbei. Und dieser Mann, das ist das Tolle, voll ausgebildeter Rassist. Hier steht er als Lehrer für Geschichte. Das macht es ja so schlimm. Er handelt mit Vorsatz. Verstehen Sie, er erzählt die ganze Zeit Geschichten vom Widerstand gegen die Auflösung Deutschlands. Und dann träumt er von einer Tatelite. Endlich mal ein Politiker, der zupackt. Nein, Tatelite. Wisst ihr, in der Geschichte, wer sich selbst als Tatelite bezeichnet hat? Die SS. Die SS. Vielleicht ist es in seinem Geschichtsunterricht nur bis 1933 gekommen. Okay, pass auf. Höcke macht das doch nicht alles aus Zufall. Höcke hat neulich, das müssen Sie, der hat eine Rede gehalten. Da hat er gesagt, der Afrikaner an und für sich würde sich so schnell und übermäßig vermehren, weil, pass auf, er zum Ausbreitungstypus R gehört. Oder Fortpflanzungstypus. Irgendso. Gehört er nicht? Nein. Biologen bezeichnen damit Mikroben und Ratten. Das ist Rassismus. Immerhin rassistischer als Tiervergleich. Das geht doch nicht. Kommen Sie, beobachten Sie uns. Also, hören Sie, ich habe gelesen, dass Frauke Petry im Spiegel gesagt hat, er hätte sich entschuldigt. Naja, pass auf, er hat das viel geschickter gemacht. Er hat geschrieben, ich bedauere, wenn meine Aussagen zu Fehldeutungen geführt haben. Das heißt, er bedauert nicht, die Aussagen gemacht zu haben? Sondern nur, dass sie so verstanden wurden, wie sie gemeint waren. Der Mann kann gar kein Rassist sein. Wieso denn nicht? Ja, Ihr Fraktionschef in Baden-Württemberg, der Professor Jörg Meuthen, der hat gesagt, Höcke sei kein Rassist. Zitat, mit einem Rassisten wäre ich in keiner Partei. Riesig. Da müssen Sie mir schon was Besseres liefern, als jemanden, der in Biologie noch schlechter ist als Sarrazin. Okay. Also, ich habe was. Sie sind ein harter Hund, aber ich habe jemanden, pass auf, was ist, wenn ich Ihnen erzähle, was das Höcke nur quasi eine Art Einfallstor ist für neurechte Ideologie in die AfD? Hä? Wer ist das denn? Das ist Götz Kubitschek. Was macht er denn da mit der Ziege? Weiß ich nicht, er melkt sie, oder? Ziegen kann man auch melken? Erstaunlich vielseitig, diese Tiere. Kann ich das Foto haben? Zur Beobachtung. Hören Sie, Götz Kubitschek ist ein neurechter Verleger und, pass auf, Dudes Freund von. Ach, Dudes Freund, das heißt doch nichts. Doch, das heißt was, wenn man weiß, dass Kubitschek seine eigene Ehefrau zu Hause sieht. Das mache ich auch. Seit der Scheidung. Hier steht, hier steht, Kubitschek ist gar nicht Mitglied der AfD. Ach, das muss er auch gar nicht. Er versorgt die AfD-Parteimitglieder mit völkischen Pamphleten, wie dieser Zeitschrift Sezession. Er brüstet sich, dass er massenhaft AfD-Mitglieder in seiner Ideologie geschult hat. Dazu, pass auf, dazu hat er eigens das Institut für Staatspolitik gegründet, wo, wiederum, jetzt halten Sie fest, Höcke seine Afrika-Rassistische Rede gehalten hat. Wenn das kein Netzwerk ist, beobachten Sie uns. Das klingt ja alles ganz interessant, aber was hat das jetzt mit der Ziege zu tun? Nichts, sondern mit einer Ideologie, die versucht wird, über Höcke in die AfD einzuspeisen. Ach, und welche Ideologie? Eine völkische. Verstehen Sie, man träumt von einem reinen Deutschland, das ich mit anderen Völkern nicht vermischen darf. Ja, was ist denn dann mit den Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, die in unserem Land leben? Sehen Sie, Kubitschek sagt, dass Deutsche mit ausländischen Wurzeln nur dann Deutsche werden können, wenn sie bereit sind, sich für Deutschland erschießen zu lassen. Was, also nur ein toter Migrant ist ein guter Deutscher? Das ist die Einbürgerungspolitik, von der die Neurechten träumen. Und wie soll das umgesetzt werden? Sehen Sie, Kubitschek hasst Parteiarbeit, er will eine nationale Bewegung. Ja, aber die AfD ist doch eine Partei. Noch. Was ist das denn? Das ist die Erfurter Resolution. Höcke, die Bauchrednerpuppe von Kubitschek. Will aus der Partei eine nationale Widerstandsbewegung gegen die Aushöhlung der Identität Deutschlands machen. Er spricht von Fundamentalopposition. Fraktionen, das sind für ihn nur Geldquellen. Mensch, merken Sie hier nicht, was das ist, ein Angriff auf das parlamentarische System, das Sie vorzugeben, zu schützen. Beobachten Sie uns endlich. Also das mit der Ziege ist ja ganz interessant. Aber der Rest... Hören Sie, was sollen wir denn noch alles machen? Europaweit vernetzen wir uns SVP, FPÖ, Front National. Moment mal, Front National, die haben eine antikapitalistische Wirtschaftsposition. Ja, meinetwegen. Also die Leute wollen eine Verstaatlichung der Banken, eine Kontrolle der Kapitalverkehrsströme, das Schlagen des Finanzmarktes. Das ist mir doch egal. Das ist Linksextremismus. Und mit diesen Leuten stehen Sie in Verbindung? Ja, warum sagen Sie das nicht gleich? Ich brauche Namen, Adressen, Telefonnummer. Es ist so schwierig geworden. Was ist links, was ist rechts, was ist die Wahrheit? Was sind westliche Werte? Wir kriegen in Österreich jetzt vielleicht einen blauen Bundespräsidenten. Sie müssen wissen, bei uns in Österreich hat der Bundespräsident keine Kompetenzen. Es ist mehr so ein Grüß Gott, August. Und es war lustig, als unser Bundespräsident sich getroffen hat mit dem Dalai Lama und schnell wurde ein gemeinsames Thema gefunden. Nämlich, wie spürt sich das an, wenn man im eigenen Land nichts zu reden hat? Und man wählt also jemanden aus Protest in einer Position, wo er nichts zu sagen hat, das ist ja fast schon wieder links. Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Vielleicht ist die Wahrheit wirklich subjektiv und jeder, jede hat recht, besonders ich. Sie kennen sicher diesen dummen Spruch aus der Psycho-Ecke. Die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Schwachsinn. Wenn die Wahrheit wirklich subjektiv wäre, wieso weiß dann jeder, der von einer Pisserin steht, dass er nicht am Damenklo ist? Vielleicht ist es noch einfacher, vielleicht gibt es einfach nur nichts, vielleicht gibt es Österreich gar nicht. Ich denke mir, dass jedes Mal, wenn ich vor einem Globus stehe, das gibt es ja nicht, das muss ja irgendwo sein. Lustig, dass bei dieser Pointe das Schweizer Publikum auch immer lacht. Immer gewusst, dass die Schweizer ganz eigene Landkarten haben, besonders moralisch. Über die Schweiz, dass ich nichts komme, ist mein liebster Schurkenstaat. Vielleicht denkt sich uns nur einer, es gibt so Kranke. Vielleicht sind wir nur der Traum von irgendjemandem, der gerade ein schlechtes Sushi gegessen hat. Und wenn man da jetzt aufwacht, gibt es uns plötzlich alle nicht mehr, zerfallen zu Staub. Und der geht sich einfach rasieren. Was ist wirklich wahr? Die Wahrheit ist längst nicht mehr satiretauglich. Weil was ist die Wahrheit? In Wahrheit müssten wir täglich eine Kerze anzünden als Dankbarkeit, dass es Putin gibt. Und traurig sein, dass es Saddam und Gaddafi nicht mehr gibt. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass jemand, der mit einer Ärztin, Lehrerin, Richterin nicht spricht, weil sie eine Frau ist, dass dieser jemand hier genau falsch ist. Das ist die Wahrheit. Und jetzt werden einige sagen, das könnte jemand von Pegida auch sagen. Mag sein, mag sein, mag sein. Ich habe zu Hause einen Tisch aus Eiche und eine Eingangstür aus Eiche. Fast baugleich, fast identisch. Seltsamerweise frühstücke ich niemals auf der Eingangstür. Also benutzen wir doch endlich unseren Verstand und lassen wir diese ideologische Scheiße hinter uns. Wenn die Wahrheit nicht mehr satiretauglich ist, dann ist Satire nur mehr plausibel. Also das, was man gerne hört. Das ist die Wahrheit. Und wenn wir uns wieder einmal solidarisieren gegen das Böse an sich, mit unseren iPads, dann sollten wir uns eine Frage nicht stellen. Nämlich wer uns wo, unter welchen Umständen dieses iPad zusammengebaut hat. Und plötzlich fällt mir Weizsäcker ein, der gesagt hat, die Naturwissenschaften verdanken ihren großen Erfolge genau den Fragen, die sie nicht stellen. Und genauso ist es bei den westlichen Werten. Gute Nacht. Ah, der Kollege von der SPD. Sagen Sie hier eine Frage, können Sie sich das erklären? Nein, absolut nicht. Was genau? Diese Wählerwanderung. Sehen Sie, eine Wohltat nach der anderen geben wir aus und dann wählen diese Arbeitnehmer und Arbeitslosen AfD. Was macht denn Ihre Partei dagegen? Gar nichts. Wir haben ja alles richtig gemacht. In Deutschland geht es gut. Und Sie? Wir haben auch alles richtig gemacht. Das merkt nur keiner. Sigmar Gabriel hat uns deswegen eine Aufgabe gegeben. Er hat gesagt, wir müssen jetzt raus ins Leben, dahin, wo es brodelt, riecht und gelegentlich auch stinkt. Seien Sie uns? Ich glaube schon. Schauen Sie mal, die kleinen Leute. Jungen haben Totzebeine. Jungen haben Totzebeine. Ich will weiter die Mitte suchen. Jetzt kommen Sie. Hallo, ihr kleinen Leute. Na, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ihr seid aber groß geworden. Hallo, die Herren von den Volksparteien. Ihr seid aber schmal geworden. Was wollt ihr denn? Stimmen? Nein, 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 nein. Hätten Sie welche? Stimmen für die Altparteien niemals! Okay, gut, dass Sie das so offen ansprechen. Sehen Sie, wir sind ja hier, um Vorurteile abzubauen. Erst bauen Sie den Sozialstaat ab und dann auch noch die Vorurteile. Am Schluss bleibt uns gar nichts mehr außer Angst. Die Fremden nehmen unsere Ängste weg! Ihr da oben macht doch, was ihr wollt! Also das ist nicht ganz richtig. Sehen Sie, wir haben ja jetzt zum Beispiel den Mindestlohn eingeführt. Extra für Sie! Ja, nachdem ihr vorher den Niedriglohnsektor eingeführt habt. Extra für uns! Die Fremden nehmen uns den Abstieg weg! Das ist doch Populismus! Wir sind populistisch! Natürlich! Alles, was über Ihre Forderungen hinausgeht, ist doch Populismus! Sehen Sie, das habe ich nicht so gemeint. Wir sind ja jetzt hier, um herauszufinden, warum für Sie die AfD so attraktiv ist. Die AfD ist zum Beispiel im Gegensatz zu ihrer SPD konsequent gegen TTIP. Und warum hat dann im Europaparlament eine Mehrheit der AfD-Mitglieder für TTIP gestimmt? Was war das? Eine Mehrheit für TTIP gestimmt? Die AfD ist wenigstens als einzige konsequent gegen eine Demütigung Russlands. Und warum hat dann eine Mehrheit der AfD-Abgeordneten im Europaparlament für Sanktionen gegen Russland gestimmt? Und warum ist sie dann für Steuererleichterung für Reiche? Was? Warum wählen Sie Parteien, die gegen Ihre Interessen sind? Wir haben jahrelang Parteien gewählt, die für unsere Interessen waren. Das hat auch nichts gebracht. Jetzt nehmen wir unsere Interessen weg! Herr Kollege, ich habe das Gefühl, diese kleinen Leute interessieren sich nicht so sehr für ihre Interessen, sondern mehr für ihre Ressentiments. Je schlechter es uns geht, desto rechter werden wir. Da kann man auch nichts machen. Sorry. Das ist falsch. Alle Untersuchungen zeigen, Sie wählen gar nicht rechts, weil es Ihnen schlecht geht. Ah, nicht? Ja, ich wüsste auch gerne, warum ich rechts wähle. Sehen Sie, weil Sie das Gefühl haben, benachteiligt zu werden gegenüber geflüchteten Menschen, was oft eine Einbildung ist. Ich lasse mir meine Einbildung nicht von der Realität kaputt machen. Was haben denn, Maradis? Das ist eine Gäste! Also so ist das doch nicht. Die großen Volksparteien, wir streiten durchaus. Wir haben neulich erst gestritten über die Rente. Oh, was haben wir uns gezoffen. Mein Kollege von der SPD wollte ja die Rente für arme Menschen annehmen durch eine Lebensleistungsrente. Und da haben Sie natürlich gesagt, nein, das widerspricht dem Leistungsprinzip. Oh ja, wir großen Parteien, wir haben riesige Unterschiede. Ich habe da mal nachgerechnet und in Wirklichkeit unterscheiden Sie sich bei der Lebensleistungsrente um genau 9 Euro. Für 9 Euro ein Staatstheater, wo gibt es sowas? Wieso stärken Sie nicht einfach die gesetzliche Rente? Das ist doch Populismus. Man kann das gesetzliche Rentenniveau nicht einfach so anheben. Wegen der Demografie. Ja, aber wenn die AfD bei 13 Prozent steht, dann kann plötzlich aus Seehofer die Rente anheben und Andrea Nahles will es auch. Ja cool, dann haben wir ja richtig gewählt. Das haben Sie nicht! Warum nicht? Weil die AfD rassistisch ist! Was, wir sind rassistisch? Moment, wenn ich das jetzt richtig zusammenfange. Sie haben als Angst vor der AfD das Asylgesetz zur Unkenntlichkeit verschärft. Stimmt das? Und mittels ausländischer Dispoten die Zahl der Fremden gesenkt. Das ist genau das, was wir wollen. Insofern haben wir völlig richtig gewählt, oder? Ich kann mit diesem Volk einfach nicht zusammenarbeiten. Sie sich, ich auch nicht. Besuchen uns ein neues! Frau Dr. Merkel, es freut mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier zusammen mit der CSU-Zukunftskommission das neue Integrationsgesetz einmal auf Herz und Nieren zu prüfen. Ich begrüße an dieser Stelle auch Prof. Dr. 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 Phil H. C. Arnolf Rating vom Niederbayerischen Philologenverband, der diesen Testlauf protokollieren wird. Soll ich das auch aufschreiben? Nein, das sind ja Sie selber. Ach so. Und dann, an der Stelle begrüße ich noch herzlich die Integrationspflichtigen. Servus. Grüezi. Das sind aber komische Syrer. Ach so, der Herr Dorfer ist Österreicher und die Frau Brugger ist Schweizerin. Aha. Ja, wir haben uns halt gedacht, wir fangen bei der Integration einmal klein an. Da haben sich ein Österreicher und eine Schweizerin ausgesucht, ob wir das schaffen werden. Ach so, aber ich meine, Sie, also, ja, Sie, Entschuldigung, aber Sie sagen doch immer, wir schaffen das. Das war ironisch gemeint. Ach so. So, jetzt zu Ihnen, liebe zukünftige Mitbürger und Mitbürgerinnen. Schön, dass Sie sich bei uns integrieren lassen wollen, müssen. Wir haben ja für eine erfolgreiche Integration, naja, alle Voraussetzungen geschaffen. Ne, Ausländer haben wir jetzt. Strafen haben wir auch. Also, falls ich jemand nicht integrieren möchte, jetzt müssen wir nur herausfinden, woran Sie sich integrieren müssen. Ja, das ist doch völlig klar. Ich meine, in die deutsche Leitkultur natürlich. Ja, passt gut, schreiben Sie auf, in die deutsche Leitkultur integrieren. Ah, Entschuldigung, wir haben alle großen Deutschen studiert, Goethe, Schiller und Rudi Carell. Und was ist diese deutsche Leitkultur eigentlich? Ja, nun, meine Herren, das kann jetzt nicht so schwer sein, oder? Was ist denn typisch für die deutsche Kultur? Ja, was schauen Sie doch nicht so an, das müssen doch die wissen, ich bin ja schon drin. Darf ich mal einen Vorschlag machen? Ja, sehr gerne. Pünktlichkeit, das ist ja gut. Das ist gut, das ist so. Schreiben Sie auf, Pünktlichkeit, das ist doch eine schöne, typisch deutsche Errungenschaft. Ja? Meinen Sie so pünktlich wie die schweizerische Bunzbahn? Ja gut, schreiben Sie vielleicht technische Präzision. Das trifft, ja? So präzise zum Beispiel wie ein Schweizer Uhrwerk? Gut, Höflichkeit wäre doch ganz hübsch. Ja? Ich möchte nicht respektlos sein, aber von außen betrachtet fällt einem bei Höflichkeit nicht zuerst Deutschland ein. Erki, legst du ihn doch im Arsch. Ah, was? Was? Was ist das? Was ist das? Ja, dann streiche ich jetzt Pünktlichkeit, Höflichkeit und Präzision. Ja. Gut, vielleicht kommen wir ja über das Bild des Deutschen im Ausland zu einer typischen deutschen Leitkultur. Das ist eine sehr gute Idee und es geht auch relativ schnell, nicht wahr, denn ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, das Bild der Deutschen im Ausland, das sind wir, Bayern-Bier-Berge. Ich möchte ungern kleinlich sein, aber aus der Perspektive von unserem Matterhorn sieht ihre Zugspitze aus wie ein Muckenfurz. Und wie genau integriert man sich in einen Berg? Besteigt man den und gibt es dann einen Beleidigungsparagrafen, den keiner kennt? Also, es sind ja jetzt nicht nur Berge, wir haben ja noch eine haufenweise andere, wir haben ja auch noch zum Beispiel so Lederhosen und Dirndl. Eine von unten, seit Jahrhunderten gewachsene Kultur. Also, so weit von unten war jetzt das meiner Meinung nach und meines Wissens auch nicht, weil ich habe hier aufgeschrieben, 1853 hat der bayerische König das zur Hebung des Nationalgefühls angeordnet, dass Leute kurze Hosen tragen müssen. Und Dirndl? Das wurde von jüdischen Kaufleuten aus Bielefeld erfunden, bevor sie von den Nazis vertrieben waren. Es bleibt immer noch Bier. Lustig, das stammt aus Babylon vor 10.000 Jahren, arabischer Raum, das ist lustig, ne? Dann streich ich jetzt Bayern. Ja! Pass mal auf, ich sag's Ihnen, ich sag's Ihnen gleich, das bedeutet ich Krieg, gell? Ja, ja, jetzt sitz ich mal wieder hin, du Seppel. Also, die deutsche Leitkultur erschöpft sich ja nicht nur darin, Menschen in kurze Hosen zu stoppen. Genau. Sondern? Sondern auch in kurzen Hosen unsere deutschen Werte zu akzeptieren. Und die sind? Ah, Schweinefleisch zum Beispiel. Wie akzeptiere ich Schweinefleisch? Indem man Menschen, die Schweinefleisch essen, nicht diskriminiert. Also, daneben zu sitzen, ohne mitzuerst zu essen, ist okay? Nein, das wäre ja passive Akzeptanz. Das wäre ja, da ließe den Verdacht einer heimlichen Missbilligung aufkommen. Also soll ich einfach auch mal einen Biss nehmen? Nein, das ist ja mein Schweinefleisch. Jetzt schreib doch mal da rein. Schweinefleisch ist ein Wert an sich. Und wenn mir meine Religion, sag mal, Schweinefleisch verbietet? Ja, die Integration muss Ihnen schon ein bisschen wehtun. Sonst ist es ja keine Leistung. Sonst sind Sie einfach nur hier. Ja, gut. Wir haben ja jetzt noch mehr im Angebot als Schweinefleisch. Wir haben ja auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Beides stößt dem Muslim Saar auf. Und die Achtung vor dem deutschen Grundgesetz. Aber wozu brauchen wir dann die Leitkultur, wenn wir eh das Grundgesetz haben? Ja, also so einfach ist es nun nicht. Man kann ja auch gesetzestreu leben, ohne den Inhalt des Rechtes zu bejahen. Verstehen Sie, wenn jetzt zum Beispiel ein Engländer hierher käme und sich streng an den Rechtsverkehr hält, das macht ihn ja noch nicht zum Deutschen. Weil es ja, er könnte ja heimlich im Inneren noch dem Linksverkehr huldigen. Aber ist es für einen unfallfreien Verkehr nicht wurscht, mit welcher inneren Einstellung ich die Straßenverkehrsordnung beachte? Nein! Sie müssen den Rechtsverkehr lieben mit all Ihrer Seele, sonst dürfen Sie nicht mitfahren. Dann streiche ich jetzt Höflichkeit nochmal. Also, es ist so schwer. Sie müssen heute die demokratischen Werte kennen und auch lieben. Ja, aber ist es nicht ein bisschen schwierig, solche Werte zu leben, wenn man nicht einmal mitwählen darf, so als Nicht-Euler? Ja, aus der Sicht der Flüchtlinge zum Beispiel, wenn ich nicht arbeiten darf und nicht teilhaben kann, wie akzeptiere ich dann die Werte? Ja, das ist halt das Besondere an der deutschen Leitkultur. Ich war das Ausländer, da hätte ich nicht mitmachen dürfen. Das heißt, ich akzeptiere Demokratie, indem ich nicht teilnehmen darf. Also, schöner hätte ich es jetzt auch nicht sagen können. Sagen Sie mal, fassen Sie mal zusammen, was haben wir denn bisher unter deutscher Leitkultur? Ja, wir haben Schweinefleisch und Rechtsverkehr. Aha. Und Nicht-Wählen-Dürfen-Lieben-Müssen. Sagen Sie, haben wir nicht noch irgendwo so christlich-jüdische Abendlandwärte rumliegen? Und was ist die Verbindung zwischen christlich-jüdisch und Leitkultur? Ist das vielleicht die Verfolgung? Jetzt lenken Sie es mal nicht ab, gell? Also, dann streiche ich jetzt Juden. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, ja klar. Nein, nein, wir müssen uns vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren auf unser christliches Erbe. Das wäre ja dann die Bergpredigt. Vielleicht kennen Sie das nicht. Das ist also, wenn man auf die eine Wange geschlagen bekommt, muss man auch die Wange die andere hinhalten. Das heißt also, wenn man eine Grenze öffnet, muss man auch... Ja, das ist das Schöne auch an der christlichen Religion, dass man sich da nicht dran halten muss. Und trotzdem weiter Christ bleibt. Das ist ja letztlich Religionsfreiheit. Dann schreibe ich Toleranz gegenüber der Bergpredigt. Ja, das ist Leitkultur. Und daran müssen Sie sich halt einfach halten. Aber das ist ja das Problem. Das können wir leider nicht. Was? Warum? Warum was? Also, die oder eine für alle verbindlich definierte deutsche Kultur darf es in einem republikanischen Verfassungsstaat nicht geben, sagt Politikwissenschaftler Professor Dieter Oberndörfer. Sehen Sie? Das Grundgesetz garantiert gerade eine Vielzahl an verschiedenen Kulturen. Eine Vielzahl an Kulturen? Also nein, das sage ich nochmal. Multikulti ist gescheitert. Genau. Wir müssen uns doch vor dem Islam schützen. Nein, 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 nein. Ihr Grundgesetz schützt den einzelnen Bürger. Denn Bürger darf weder die Leitkultur eines fundamentalistischen Moslems noch die Leitkultur eines wild gewordenen CSUlers aufgezwungen werden. Die Ander? Das heißt, Ihre Leitkultur ist verfassungswidrig. Also dann streiche ich jetzt die Leitkultur aus der Leitkultur. Ja, 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 das müssten Sie mal. Gut, ich denke, wir werden uns da jetzt vielleicht nicht mehr einig, aber einig sind wir doch uns vielleicht in dem Punkt, dass allein der Versuch, eine Leitkultur zu definieren, etwas typisch deutsches ist. Ja, wenigstens dies halt. Was denn noch? Der Begriff Leitkultur wurde geprägt von Basam Tibi, einem Soziologen, der ursprünglich zugewandert war, aus Syrien. Und was ist jetzt mit uns? Naja, könnten Sie mit Schweinefleisch und Rechtsverkehr leben? Passt, oder? Dann herzlich willkommen. Applaus 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 Applaus